Liebe Brüder und Schwestern, wie ihr wisst, habe ich entschlossen, danke für eure Zuneigung, ich habe beschlossen, auf das Amt, das der Herr mir gegeben hat, am 19. April 2005 zu verzichten, ich habe dies in voller Freiheit getan, für das Wohl der Kirche, darüber habe ich lange gebetet und mich vor Gott geprüft, mein Gewissen, ganz im Bewusstsein der Schwere dieses Aktes, aber ich bin mir bewusst, dass ich nicht mehr in der Lage bin, das Petrus Amt mit jener Kraft auszuüben, die dieses Amt verlangt. Wir vertrauen auf den Herrn, dass er seine Kirche immer stützen und leiten wird. Ich danke allen für die Liebe und das Gebet, womit er mich begleitet hat. Danke, ich habe in diesen für mich nicht leichten Tagen wirklich physisch die Kraft des Gebetes geführt, die Liebe der Kirche, wie eure Gebete mich getragen haben. Bitte betet weiter für mich, für die Kirche und für den zukünftigen Papst. Der Herr wird uns führen.